die Zombie unter mir wenn der Fläche hochkommt Green Panik anfang Elbert trinkt gerne coca-cola-vanille die diese lecker und Sherry ist lecker ich trinke nur normale Kuba ein ausweiter Klasse er ist nicht mein normaler wie an morgen schon Döner fressen das ist das Cosplayer war das ist so alt an morgen ist man ganz normale Schruppe ein Kaffee ich habe gar nichts alter ja jetzt sind die schätzen weiß ich bis an Pelle dann auch nicht aber wenn ich früh um fünf Uhr aufstehe ist eh nix und sind hier mit viele Zombies bei mir leckt mich am Arsch kann man durch Fensterscheiben eigentlich schießen wir haben die kann sogar durch Türen schießen ich wollte das tustig oh ja es funktioniert ja tatsächlich mhm das hätte ich gar nicht mal erwartet jetzt die Scheibe geht zwar nicht kaputt aber der Schuss geht durch ja das ist ja direkt umgekehrt zu Battlefield die Scheibe bleibt ganz aber der Schuss geht nicht äh die Scheibe geht kaputt aber der Schuss geht nicht durch ja umgekehrter Realismus ja 5 Sekunden 4 3 ja warte noch kurz bei mir jetzt 10 1 so ich bin jetzt auf dem Schulgebäude des Todes oh nice alter wait Paul ja du warst also wo ich das Spiel mir geholt hab nur bei mir in der Nähe weil du vom Schuldach untergeflogen bist ja ja boah hatte ich Glück ja Glück ja ich hatte auch voll Glück ja ich hatte auch voll Glück please wait boah toll wie krieg ich denn den Zombie jetzt da unten tot nie wieder nie wieder nie wieder nie wieder oh ich glaub sie haben sie erwählt oh tut mir leid kein Problem kein Problem ey was tun sie das ey das ist ja nicht die Gustavik Nummer 4 nein das ist ja den Gast Paul ich ärgere jetzt voll Alex so das Spiel macht oh ich will die dass wir ihr Block zerstört haben kein Problem Paul was denn ich ärgere jetzt so Alex so schick ihm Bilder und sagt so oh macht voll fun mit Paul und Basti die laufen hier rum schlachten Zombies ab alles er sagt so ja toll schön scheiß mal was mach ich jetzt unter mir ist ein Zombie aber ich trau mich nicht runter ich will das Geld haben ich sag dir Alex wird grad von Kitzler seiner Mom geraped und und die Hänge heute da schleudert sie boh 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 ey Alex das ist ja nicht deine Mutter ist die größte Punkt 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 in das ganze Dorf wo du wohnst ja die ganze Kaffee und deine Schwester bei der brauchen wir erst gar nicht anfangen ich bin ich boh und sag mal deine Freundin letzte Nacht war es richtig geil deine Freundin letzte Nacht war es richtig geil deine Freundin letzte Nacht war es richtig geil ja war es geil naja das Spiel macht geil ich will es warte mal kurz Paul wir haben noch gar nicht gesungen in der Folge oh da stehen Boots mal gucken ob sie das ist oh da stehen Boots mal gucken ob sie das ist aber auch in dem Meer gibt es eine die Fresse in euch gleich die 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 okay es reicht die 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 mit sie Fakti das ist nur wirklich auf das ist das auf die an die sich die Tür noch geschlossen ja also das war die ganzen Flussplätze zu tun ein paar Lassen am PC gehen den Weißler bis in der Maschine den Fall jetzt mag er ziehen ich gehe mal bisschen kurz Facebook mal guckt ob jemand geschrieben hat da haben die Städte Prozess ist was gepostet von der Berscheidung schluss für dich über 100 Schuss ich habe selber das ist sogar noch dabei gekommen der bräuchte nicht mehr sammeln erst mal doch die er noch mal zurückgehen kennengeler nur das ist ein zombie warte mal meine pistol gleich mal testen jetzt auf einmal es ist mir ohne schalldämpfer er hier rechts zieht auch einer Paul Paul der rennt auf dich zu rechts rechts hast du nicht auch eine Waffe jetzt? das ist links du Mongo was Paul? das war links das war rechts war mir steht ja und von da kam der Zombie ja er war gestalt aber guck ich kann dir zeigen wo er stand du Mongo der stand genau da wo du jetzt war seid genau da stand er weil ich erst mal ein Magazin auffüllen Mann 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 ey er hat schon jemand seine Tage du Scheiße, jetzt mach mal die Fressen aus ich hab so ein Wort ich lass dir noch zu sagen ja tut mir leid ich mach auch vibrieren ja ja warum hast du Whatsapp? weil mir das bei langem auf den Sack geht ok ja go go bei der so ein alter Whatsapp sucht die ist ey muss man mein Handy wenn das ist ein Zombie Jan schießt du den mal ab oh ok oh Gott das ist gefährlich muss man mein Handy ähm sehen wenn ich morgens aufwache wie viele Nachrichten ich hab go 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 ja ja ich muss das Handy sehen wooh da hinten kommt gleich noch ein Zombie wo? noch weiter hinten ich ich nehm mal meine Hand komm da ich seh ihn nicht ich seh ihn nicht weiter links kippst du mal um? boah die Seite linke Flanke link die Seite Jan boah Alter die Magnum ist ja voll Bullshit ich schieß auf den und der stirbt nicht also die Magnum macht eigentlich vorne zu mir die macht gut Damage boah alter fick dich du Missgeburt hat man einen boah alter schnübelst die Schießerei hier am Flughafen Mann ja Mann voll Bull gehts hier rund Junge ja Mann jetzt gehts hier ab jetzt müssen die Zombies sich in Acht nehmen jetzt kommt Rambo Rambo 2 und 1 boah habt ihr Rambo das Spiel gesehen oh Gott alter Falter ey ich bin Rambo ja ich weiß gar nicht wie man sowas programmieren kann ey das war ja der boah alter war das ein Müll ähm Paul wie heißt das Spiel nochmal wo du so Soldaten ähm aus also so auf Xbox wo du Türme bauen kannst und Flagge Schütze ähm ähm äh ähm ähm Toy Soldiers Toy Soldiers genau da gibts doch den Rambo ja man da ist halt geil ja man damit rennst ihn rum hat da Raketenwerfer braune Jägerhosen ähm ähm Paul soll ich das Fernglas mitnehmen das tun scheinbar ist aus ja wohl ist das die Tor oder die Mischung ist auch tauschen jetzt er tauscht und was ist es in der Brau braune ich ach also zwei Nose nice aber ich mehr Platz dafür ist die der Stau m m erliebt die Hälfte ne Alter hier liegt schon wieder ne Waffe rum ne Mosi oh hier liegt ne Waffe ähm Schuhe hoffentlich sind sie noch ja ich hab wieder gute Schuhe Body Dance bist du noch um Paul? oh ne ich steh doch hier ja ich musste grad gucken warst du schon um? war ein bisschen ne ich hab grad mein Inventar ein bisschen hier liegt überall Muni rum du renst vorbei ne den will die nicht Alter hier war ein grüner Hellballistikhelm Alter das ist das liegt hier auf dem Tisch oh hier liegt ah hier ist für ne Pistole Paul ein Tactic Light hier ist ein M4 Handgriff oder kann ich das auf meine ABC ne ne Tactic Light geht auf die Magnum nicht hoch merk ich mal ey hier ist SKS Munition wo ist das Tactic Light? das liegt da noch ach da das müsste auf meine Pistole hochgehen eigentlich was ist das hier M4 oh das geht sogar hoch aber ich brauch ja noch Batterien dafür ne was ich leg übrigens noch ne Pistole rum der Amphi noch ne Amphi oh ich hab Munition für meine Waffe nice was ist das? da unten steht ein Zombie ich hol mal meine SKS raus ah ne ist doch nicht für meine Waffe ich muss erst mal was ganz dringend trinken wir müssen mal langsam zum Brunnen oder sowas komm Paul oh ich hab hier voll in Headdy gegeben Paul mehr Zombies was? wir müssen mal langsam zum Brunnen kommen ich brauch wieder neues Wasser fuck mein Arm hm alter wieso steigt der Affe denn hier ne drüber oh oh Zombie du brauchst noch mehr Moni Bastille ja so ok ich bring dir noch mehr mit und ich treff den Zombie nicht weil's mega nachgezogen hat er ist so an das hier hier liegt ne Waffe auf dem Boden Paul eine ach ne ich hab schon dir Fibia oh ein Stift ach der Zombie soll unten die Backen halten der hat hier ja nix zu melden alter mein Arm alter find ich grad so an als wenn mein Arm gebrochen ist alter aber warum hast du das denn gemacht? bin voll im Möhre abgerutscht boah das kenn ich oder was die gestern passiert ist Paul was immer noch am schlimmsten ist sich selbst mit der Hand in die Eier zu schlagen geh da mal ein Stück hoch Jan dann rennt er vielleicht dahin das noch ein Stück weiter 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 bis zur anderen Treppe ja dann Paul das schwimmst ist immer noch so was die gestern passiert ist sich selbst in die Eier zu schlagen und kann man denn zu dem nicht anfangen wenn man so oh Gott jetzt ist er hier oh Gott das sind zwei Paul ist es eigentlich wichtig das zu haben wo man sich die Waffe vorne reinstecken kann bitte nach dieses Chest Holster Chest nee nicht unbedingt nicht wenn du ne West hast wie ich hab also sollst du das lieber dran lassen bei mir ja noch lassen bis du ne Weste Armee Weste findest komm noch Alter mein Team wie wackelt der denn so rum everybody dance so wollen wir losgehen wieder die Hungers durchsuchen die Hangar Games genau Hangar Games ich spiel mal hier bisschen Hangar Games verstecken wir ein paar Kisten sie sch testing mich ich du 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 du